Ich werde in dieses Becken hier tauchen, werden wir auch in the real life den Atem anhalten. Spark muss dann die Rechnung in den Chat schreiben und erst wenn ich die Rechnung richtig in den Chat geschrieben habe, darf ich wieder atmen und rausgehen. Okay, dann 3, 2, 1, los! Oh, hi, oh, Zirkus. Digga, Hugo. Der Crunch, das ist... Dein Ernst? Das ist schwierig. Dein Ernst? Was? Was? Digga, ich töte den ***er jetzt. Oh, 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 oh.